Gehabt euch wohl, werte Zuseher. Mein Name ist der Röder Roman und ich sende über mein Medienmagazin KryptoTV. Heute haben wir den 15. Jänner 2023 und nehme euch heute mal wieder mit zu den Demonstrationen der Bürgerbewegung Salzburg-Wachtlauf, die schon seit zweieinhalb Jahren jeden Sonntags am Motorplatz um 14 Uhr beginnen. Ich konnte mich jetzt eine Zeit lang nicht daran mitbeteiligen, unter anderem, weil ich zweimal in Haft war. Das Datum meiner letzten Freilassung aus der Polizeianhaltestelle war so 15. Dezember, konnte mich aber vor der Haftzeit auch nicht daran mitbeteiligen, weil ich untertauchen musste und mich der gesetzes- und willkürlichen, gesetzeslosen und willkürlichen Maßnahmen zur Inhaftierung nicht beugen wollte. Nach der letzten Haftentlassung musste ich einiges in meinem Leben regeln. Das habe ich jetzt so halbwegs hinter mir gebracht. So halbwegs eben. Und so schauen wir heute am 15. Jänner wieder zu dieser Demonstration. Angefangen vor zweieinhalb Jahren hatte die Salzburg-Wachtlauf-Bürgerbewegung sich gegen den Corona-Faschismus gewidmet. Es gab auch schon andere Bewegungen in Salzburg, die sich davor dessen stark gemacht hatten. Nun sind einige Baustellen zu dieser Bewegung dazugekommen. Unter anderem Nein zu diesen illegalen Kriegstreiber rein. Ja zur Neutralität. Man stellt sich nun auch gegen diese frechen Preiserhöhungen der Energiebranche und auch anderen Preiserhöhungen des alltäglichen Lebens, die uns so begegnen. Heute kommt laut Deklaration der Salzburg-Wachtlauf-Bewegung der Herr Konstantin Haslauer. Er war einst ein Kandidat auch der Präsidentschaftswahl der letzten und wurde auch schon davor im Jahre 2019 bekannt, da er ja anscheinend, das gilt ja die Unschuldsvermutung, 20 Millionen Euro veruntreut hatte und nachdem er die Rede, da wird er eben heute eine Rede halten, sicher nicht über das Thema, das ich jetzt zuletzt genannt hatte. Doch ich werde mich bemühen, den Herrn Haslauer ebenfalls vielleicht für ein eigenes Interview vor unsere Kamera holen zu können. Und dessen werde ich aber dann ein eigenes Video widmen, das ich unter diesem Video verlinken werde. Oder schaut einfach in die Mediathek auf YouTube nach. Da werdet ihr sowieso auch finden. Ja, ich befinde mich da am Platz, wo dann die Demonstration beginnen wird, hier am Motorplatz. Ich bin noch ein bisschen früh dran, fangt erst so in 50 Minuten an. Und wenn es dann soweit ist, dann schalte ich euch wieder hinzu. Also dann, freut mich, dass mit der Beisatz und bis gleich. Der Konstantin Haslauer hat sich ja angemeldet bei uns, hat aber eine Autobahn gehabt und verspätet sich jetzt auf 15 Uhr frühestens in Salzburg. Ich habe ihn gerade angerufen, das ist der neueste Stand. Also er wird es vor drei nicht schaffen, er kommt aber sicher noch. Nachdem jetzt das Wetter doch relativ schlecht ist, kalt, grausig und nass, haben wir jetzt ein bisschen undisponiert, damit der Konstantin Haslauer noch sprechen kann bei uns. Gehen wir wieder die kurze Runde, also so wie wir über Weihnachten gegangen sind, direkt Staatsbrücke raus, Hannuschplatz und über die Getreidegasse wieder zurück, mit dem Hintergedanken, dass wir um 15 Uhr wieder da vor Ort sind und damit der Konstantin Haslauer dann noch seine Rede halten kann. Dann haben wir quasi das alles in einen Aufisch gemacht, dann fährt er nicht umsonst her. Er hat erst um 18 Uhr da in Salzburg seine Veranstaltung und dann sind die Leute, die extra für ihn oder wegen ihm gekommen sind dann auch noch, kommen dann auch noch in Genuss von seiner Rede. Dann werden wir, würde ich mal sagen, in fünf Minuten weggehen, damit wir dann pünktlich um 15 Uhr wieder zurück sind. So, grüß euch, jetzt haben wir wieder den nächsten Akt, jetzt sind wir mittendrin. An Gerhard Böttler habe ich heute auch schon gesehen, schon ein bisschen gesprochen. Ich glaube, den werde ich mir auch noch an die Angel holen. Da gibt es auch etwas, wo man ihn wunderbar unterstützen kann mit Wirs in Salzburg. Da will ich nicht zu viel teasern jetzt, das werden wir nachher erörtern. Jetzt bereiten wir uns erst einmal auf unseren Spaziergang vor, weil es ist kalt, es regnet, jetzt müssen wir uns erst einmal ein bisschen warm laufen, weil wir dann unsere Betriebstemperatur haben, dann schauen wir mal, wenn wir heute so als Interviewpartner noch vor die Angel kriegen. Damit dann schaltet ich euch gleich wieder mit ein, wenn wir dann losmarschieren. Bis gleich. Mundus TV, ein sehr korrekter Sender. Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Eigentlich der einzige Medienmagazin, die sich meiner Causa angenommen hat. Ich habe viele angeschrieben auf einen Wochenblick, andere Medienkanäle. Keiner wollte sich anscheinend die Finger mit mir verbrennen. Naja, oder wer weiß auch, verbrennen muss man sich mit mir nicht. Aber zumindest Mundus TV, der einzige geile Sender, die was von Investigativjournalismus noch was verstehen. Ja, wie der Christian gesagt hat, jetzt gehen wir die kleine Runde und dann schauen wir mal, was wir heute noch antreffen. Neben Konstantin Haslauer haben wir heute auch noch den Gerhard Böttler von Wir sind Salzburg mit dabei. Den werde ich heute auch noch interviewen. Also das ist schon mal ganz sicher. Da müssen wir auch mal schauen, ob wir ein bisschen was vielleicht unterstützen könnten. Denn wie gesagt, der Gerhard Böttler von Wir sind Salzburg war von den Bewegungen her der einzige, der mir geholfen hat, aus dem Gefängnis zu kommen. Und somit ein gibt es auch noch. Die werden wir noch mal wieder zu lassen. Und schau mal an. Musik Wir sehen uns immer wieder, wir sehen uns im Ausland haben. Wir sehen uns im Ausland. Wir sehen uns im Ausland. Ja, da müssen wir ihn ein bisschen nachfällig. Wir sehen uns im Ausland. Wir sehen uns im Ausland. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Nogmal trein, nochmal trein Musik Yeah Hey Demoquine Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das ist die Schöne, die alle an Pläne, auf der Ökonomie, auf der Grenze zu bleiben, dann ist ein Österreicher, um rechts zu bleiben. Und die 19 Sekunden in der Krähe kriegt man nach ohne diesem Dekordatorenverhalten hin. Also, dass damals fast erreiften Polens registriert wurden. Dann hatten sich Russland und die Ukraine darauf verständigt, dass sich Russland auf allen Welt im vierten Land ist, im Februar 2020, die ganze erörterten Gewürze zurückzieht, und jeder hat die Ukraine als ein Nahterweiter, der wichtigste und sarkensicherer Verhalten hat, dass die Schöne erhoben hat. Denn alle haben die Konditionen, die nur noch etwas gewohnt haben, zu bringen, die Verwaltung der Herzen und die Sarkensicherheit haben. Und in den Beginn der Reihe gesagt, dass das eine bestimmte Schleimung ist, es gibt es auch nicht nur regelmäßig, denn alle Verwaltung hat es wirkende Waren, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sonst schaut's düster aus für uns. Jetzt gehen wir rückblickend. Schaut vor etwas mehr als einem Jahr, hat unser damaliger Kurzzeit-Bundeskanzler Alexander Schalmberg vormündig verkündet, dass es jetzt in Österreich eine Positivspflicht gibt. Man hat allerdings bei diesem Zeitpunkt so gewusst, dass diese Miezeuge, die alles überflogen wird, man möchte die Technik auch verbrauchen. Ja. Also man muss aber nicht wirklich, dass die Miezeuge die Schalmberg nach dem Tag und der Tag und der Tag. Die Miezeuge, die in der Jungen, 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 eine Sauerstoffphobikerin. Ja, das soll es auch geben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 1, 2, 3, gut, hört man mich? Nein. Jetzt hat die Kerstin und der Christian gesagt, danke an euch alle. Ich bin, glaube ich, immer derjenige, der einmal sagt, danke an die Kerstin und an Christian dafür, dass sie da jede Woche rausgehen, ob es stürmt, ob es schneit, ob es schwedet ist, ob es heiß ist, ob die anderen bei Sonnenstein und Hitze an der Salzburg stehen und sie trotzdem seit mittlerweile zwei Jahren, am Monat, jeden Sonntag um 14 Uhr, wo andere vom Fernseher sitzen, wo andere, weiß ich nicht, jetzt Skirennen schauen, Skispringen schauen oder sonst irgendwas tun, da schauen und die Menschen in der Umgebung beim Weg, am Weg aufmerksam machen. Auf den Wahnsinn, der da läuft. Also den Dank, den Sie jetzt gesagt haben, kann man eigentlich nur, Christian, ja, den Dank kann man nur an die Kerstin und an Christian zurückgeben. Dankeschön. Das gehört nämlich auch mal gesagt, weil ich weiß, das ist aus eigener Erfahrung, man reißt sich den Allerwertesten auf bis zum Gehtnichtmehr, motiviert, inspiriert, akquiriert und dann steht man dann zu fünf, zu sechs, zu zehn da und das muss man einfach auch mal sagen, Hut ab vor dem, was Sie in den letzten 25 Monaten geleistet haben. Danke. Danke. Dann ist das nichts mehr für mich. Am kommenden Donnerstag beginnt die Frist der Unterstützungserklärungen für den Landtag. Wir haben einen Verein gegründet und eine Bürgerbewegung. Wir haben Unterstützungserklärungen da, wir haben auch das Beiblatt da. Wenn ihr uns unterstützen könnt und unterstützen wollt, sagen wir natürlich vielen, vielen herzlichen Dank. Man muss das auf der Heimatgemeinde machen und wir freuen uns für jeden, der uns hilft. Weil nur im Kleinen kann Veränderung möglich sein und wenn man sieht, der Herr Haslauer agiert als großer Bonze der Salzburger AG, wenn man sieht, wie die Frau Gutschi als Bildungslandesrätin mit den Eltern umgeht, die ihre Kinder daheim schulen, dass denen das Gericht und die Polizei ins Haus geschickt wird, dann sind das Tendenzen, die in diesem Land einfach nicht brauchen. Ich danke euch sehr für eure Hilfe. Ich danke euch sehr für eure Hilfe. Also jetzt bin ich ein richtiger Aktivist, ne? So, das tun wir mal weg. So, einen wunderschönen Nachmittag. Ihr seid sehr Wahnsinn, bei diesem Wetter da rauszugehen und für Österreich einzutreten. Gratuliert einmal. Ja, ich bin trotzdem angereist, trotz Autobahne mit ÖMTC hat das alles geklappt. Trotz Autobahne und ÖMTC hat das alles gepasst. Ja, für mich heute ein sehr wertvoller Tag. Ich bin ja politisch aktiv. Die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Konstantin Haslauer. Ich komme aus Wien, 55 Jahre jung und bin derjenige, der die Regierung permanent ärgert. Nämlich mit Strafanzeigen. Ihr kennt das wahrscheinlich, der ein oder andere kennt auch mein Buch. Das ist mein Hintergrund. Warum ich heute hier eingeladen worden bin? Ja, ich bin immer noch an eurer Seite und wir haben eine neue Strategie entwickeln dürfen und müssen. Warum? Weil unser Rechtssystem zwar da ist, aber nicht funktioniert. Weil diese Herrschaften, die das Rechtssystem bedienen, nicht funktionieren. Das heißt, wir dürfen einen neuen Weg gehen. Und dieser neue Weg hat bei uns begonnen am 9.10., also sprich nach meiner Kandidatur zum Bundespräsidenten. Also man wurde ja sehr stark bekriegt. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Der ein oder andere hat mich ja unterstützt. Wir haben 5.100 Stimmen hingebracht. Das hat nicht ganz gereicht. Aber ich habe sehr viele Leute und positive Feedbacks bekommen. Ich habe 80 Veranstaltungen gestritten. Bin 25.000 Kilometer für unser Österreich gefahren. Ja, das Regime hat gesagt, Haslauer ist nicht im Spiel. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Und am 9.10. am Heldenplatz habe ich gesagt, wir machen die größte Bürgerbewegung in Österreich. Und da gehört es ja natürlich dazu, selbstverständlich. Bravo! So, welche Strategie muss man oder soll man fahren? Und der politische Weg ist kein Weg. Der Bürgerbewegungsweg ist auch kein Weg. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was tun wir? Oder beziehungsweise welche Chance haben wir überhaupt in diesem Regime heutzutage noch was zu tun? Und somit ist dann der Weg freigemacht worden. Geistlich natürlich bei mir freigemacht worden. Dass wir gesagt haben, wir verbinden Bürgerbewegung, also sprich die MFG ist ein Begriff für euch. Die wollte ja eine Bürgerbewegung machen, hat das jetzt leider nicht geschafft. Also machen wir eine Bürgerbewegung mit einem politischen Hintergrund. Und somit ist die DSO entstanden, die souveräne Opposition. Und somit sind wir mit 9. und 10. hier auch auf den Markt eingetreten. Jetzt wird man sagen, okay, was hat die DSO bis jetzt geschafft? Und da darf ich euch ein paar tolle Informationen mitgeben. Weil wir haben ein spezielles Konzept. Wir sind nicht die Herrschaften, die Propaganda machen. Ihr kennt das wahrscheinlich von der Politik. Da wird gejammert, gejammert, gegen den anderen gewettert. Und wir haben gesagt, nein, wir machen das nicht. Wir sind anders. Jetzt werdet ihr sagen, okay, das haben wir schon 300 Mal gehört. Ja, anders muss man es eben vorzeigen. Und was machen wir? Wir haben den ersten Schritt gesetzt. Wir haben mit den Herrn Putin Kontakt aufgenommen. Warum? Weil die Österreicher keinerlei Sanktionen mittragen wollen. Und das, was die Regierung macht, ist nicht unser Thema. Also wir haben uns entkoppelt aus der Regierungsmeinung und gehen natürlich gegen diese Sanktionen vor. Nein, später bitte. Bitte merken. Gut. Ja, also hat man uns geglaubt, dass wir das überhaupt schaffen, mit dem Kreml Kontakt aufzunehmen. Und jetzt wird es vielleicht verstehen, warum wir diese beiden Strukturen zusammengeführt haben. Wir haben die Bürgerbewegung, sprich die Demonstrationen, die ganzen Institutionen mit dem politischen Werkzeug zusammengeführt. Weil nur wenn man eine Partei ist, kommt man einen Schritt weiter. Der Herr Hartlauer hat immer als Einzelkämpfer gearbeitet. Und darum ist auch nur ein gewisser Art von Widerstand entstanden. Also, wir haben den Kreml kontaktiert, möchten einen offenen Brief schicken. Per Post hat der Kreml natürlich geantwortet, kaum zu glauben, einer politischen Partei. Und hat gesagt, bitte nicht schicken bei Post, weil die Post wird abgefangen. Ihr müsst in die russische Botschaft. Ja, auch kein Problem. Somit haben wir in der russischen Botschaft einen Termin vereinbart. Und der Herr Aslauer mit drei Kleinparteien. Und jetzt werdet ihr merken, was da der Unterschied ist. Drei Kleinparteien haben sich zusammengeschlossen und sind in die russische Botschaft gegangen. Das war die DSO, die Basis Österreich und Referendum aus Oberösterreich. So, wir durften dort diplomatische Gespräche führen. Und meine erste Frage war, ist irgendjemand von einer Partei oder von einer Regierungsverantwortlichkeit schon da gewesen? Und dann hat der Pressesprecher gesagt, es war niemand da. Ihr seid die Ersten. Ja, das war natürlich für mich ein bisschen verblüffend. Ich habe unseren Staatsvertrag mitgehabt. Ich habe die Geschichte mitgehabt, was uns alles passiert ist in Österreich und klassisch in der Monarchie. Und somit haben die russischen Partner dort definitiv mit uns politische und diplomatische Gespräche aufgenommen. Die Grundlage ist, dass wir gesagt haben, die Österreicher wissen, was der Staatsvertrag bedeutet. Die Österreicher wissen, dass Neutralität wichtig ist und wir verstehen diese Neutralität. Unsere Regierungsverantwortlichen kennen sich nicht aus. Und der dritte Punkt war natürlich auch, warum bekommen wir kein Gas? Und da muss ich euch sagen, eine Katastrophe. Kennt ihr die Frau Gewessler? Das ist die zweite Dame. Also die erste Dame, die ich nicht mag, ist die Frau Edstadler, die nicht rechnen kann. Und die zweite Dame ist die Frau Gewessler. Also diese Damen lehne ich auf jeden Fall politisch ab. Die sind zwar recht hübsch, aber sie bringen jetzt wirklich was weiter. So, die Russen haben dann uns mitgeteilt, dass die Frau Gewessler nur 30% von 100% Gas abnimmt. Da haben wir gesagt, wieso gibt es denn sowas? Da sagt er, er kann es auch nicht beantworten, weil wir zahlen 100%, bekommen aber nur 30%, weil die Frau Gewessler was macht an den Sanktionen festhält. Und das ist eine Katastrophe. Also wir haben dort mit den russischen Partnern die Grundlage auch besprochen, ist Österreich überhaupt noch ein Platz, wo politische, sprich Friedensgespräche geführt werden dürfen. Das war dann der Fall, wir hatten eben dort ein gutes Standing, weil wir auch klar gemacht haben, wir sind neutral und wir Österreicher wollen keine Sanktionen und keinen Wirtschaftskrieg. Bravo! Also die Tür in der russischen Botschaft ist offen. Jetzt kommt natürlich wahrscheinlich von euch gleich die Frage, naja, so richtig diplomatisch ist das nicht. Ja, ich war auch in der ukrainischen Botschaft. Ukrainische Botschaft, bin ich abgeholt worden mit Militärehren, so kann man das vielleicht benennen. Also Darnanzug, bewaffnet und so bin ich in die Botschaft geführt worden. Und auch dort habe ich politische Gespräche, diplomatische Gespräche geführt. Also das Ziel ist, Österreich wieder an einen Ort des Friedens zu erinnern, à la Bruno Kreisky. Es müssen die Kriegspartner so schnell wie möglich da rein und das war auch das Thema, was wir dort hatten. Also ihr seht, wir haben natürlich kritisiert, wir kritisieren die EU, wir kritisieren die Regierung, aber jetzt seht ihr mal, wir als Bürger, sprich eingetragene Partei, Bürgerbewegung, können alles tun. Ob wir den Orban treffen wollen, den Macron treffen wollen, es ist völlig egal. Wir können das alles, weil wir, wer sind wir? Wir sind der Souverän. Wir sind der Souverän, der Souverän, der Souverän. Und ich bitte euch, die Bürgerbewegung weiter voranzutreiben, egal ob man bei uns Mitglied ist oder nicht. Die DSO, die souveräne Opposition.at geht's rauf, da sind mehrere Werkzeuge auch drauf. Wir sind auch, einen Punkt möchte ich noch ansprechen, gegen die illegale Migration vorgegangen. Ihr kennt es wahrscheinlich in Oberösterreich, St. Georgen, in Attergau, wo wir natürlich auch tätig waren. Was war dort, das wurde von Herrn Innenminister, und das spreche ich jetzt an, ich hoffe die Kamera laufen, der Herr Innenminister Karana, so heißt er, macht einen modernen Menschenhandel. Und ich sage euch auch warum, wie das Ganze funktioniert. An der Grenze gibt es einen Grenzschutz, aber der Grenzschutz wird missbraucht, um ein Asyltourismus zu landen, eben die illegalen Einwanderer ins Landesinnere zu bringen, anstatt dass man sie wegbringt von uns. Weil sie dürfen, auch wenn wir sehr menschlich sind, ich möchte jetzt das sofort auch revidieren, es geht nicht um die Menschen, die werden unter falschen Voraussetzungen hierher gelockt. Wir können sie aber nicht mehr aufnehmen, also die Busse müssen in die andere Richtung fahren. In St. Georgen, Attergau war es so, dass der Herr Aigner überfordert war, der Bürgermeister. Wir haben dort, wie gesagt, die Medien hingebracht und haben den Herrn Bürgermeister erklärt, was er machen muss. Jeder Bürgermeister ist, und jetzt bitte gut aufpassen, der Präsident in dieser Stadt, in dieser Gemeinde. Er kann alles tun, und wir haben ungefähr drei Wochen gebraucht, um den Herrn Aigner zu unterstützen. Wir haben ihm viele Dinge aus der Verfassung geschickt, wir haben ihm viele Unterlagen geschickt. Dublin 3 zum Beispiel, ihr kennt diese ganze Geschichte. Jeder, der über das Meer rüberkommt, aus dem Süden, das erste sichere Drittland betritt, muss dort einen Asylantrag stellen. Wir sind ein Binnenland, zu uns kann überhaupt niemand kommen, außer sie springen mit Fallschirmen ab. Das geht gar nicht. Also, deswegen, und jetzt nicht, weil wir unmenschlich sind, wir können keine 120.000 Menschen im letzten Jahr aufnehmen. Und dazu kommen noch 60.000 Ukrainer, die auch noch privat untergebracht worden sind. Eine Katastrophe, was der Herr Innenminister Karner macht. Und die Bürgermeister können sich wehren. Was haben wir dann gemacht? Ihr könnt auf der Seite euch runterladen, den Bürgermeisterbrief. Der beschreibt alle rechtlichen Dinge, und wenn ihr das wollt, könnt ihr als Bürger auch aktiv werden. Nehmt den Brief, geht zum Bürgermeister und sagt, lieber Freund, ich weiß, was du tust, und wenn du weiter tust, dann wird die Polizei dich abholen. Weil er macht nämlich eine Beherbergung von illegalen Einwanderern. Und das ist verboten. So, das war nur ein kurzer Auszug, und jetzt möchte ich auf die politische Ebene gehen, weil man sagt, ja, wieso macht ihr das anders? Ja, wir machen vieles anders, ihr habt das gerade gemerkt. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir nutzen die politische Funktion, um noch weitere Dinge zu machen, nämlich Kooperationen und Vernetzungen mit den Kleinparteien und Großparteien. In Oberösterreich mit der Bundespartei, der FPÖ versuchen wir eine Kooperation hinzubekommen. Wir versuchen auf dieses politische Feld mit Vertrauenspersonen zu kommen. Das ist die Aufgabe der DSO. Wie haben wir das gemacht? Gemeinderäte sind mittlerweile schon übergelaufen, weil sie aufklären wollen und dürfen das gar nicht. Weil die Bezirkspartei sagt, nein, nein, wir haben ja eine Koalition, du darfst da jetzt sicher nicht aufklären. Und wir haben auch in Oberösterreich einen Bürgermeister bereits die Finanzpolizei geschickt, weil er Steuergelder illegal aus der Gemeinde in seinen eigenen Verein verschoben hat. Das heißt, durch diese Kooperationen mit Gemeinderäten, mit Landtagsabgeordneten, die uns helfen, die Wahrheit aus diesem Sumpf herauszubekommen, nur wenn wir die in der Hand haben, können wir auch aktiv dagegen vorgehen. Und das haben wir mehrfach schon gezeigt in den letzten drei Monaten. Und ich glaube, dass wir die Unterstützung von euch haben. Welche Unterstützung? Ja, auch alle Demo-Veranstalter in Salzburg, in Steyr, in Linz, in Wien helfen mit, alle Menschen helfen mit, diesen Druck weiter aufzubauen. Also wir verbinden quasi die Bürger, jetzt sind wir wieder bei der Bürgerbewegung, Wir verbinden euch mit einer politischen oder Bürgerbewegungskonstruktion, dass wir gemeinsam sinnvoll vorgehen. Ihr wisst selber, wir haben einiges erreicht. Das Impfpflichtgesetz ist abgeschafft worden, da haben wir einen maßgeblichen Anteil dabei. Aber eines müssen wir auch klar sagen, wenn wir nicht wissen, was in diesem parteiischen Sumpf, in diesem Deep State, mit, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, basiert, mit Fakten basierend, können wir als Bürger nur bedingt Druck machen. Also wir brauchen Fakten, wir brauchen Beweise von diesen illegalen Machenschaften, was die Herren in der Korruption der ÖVP, also die ganze ÖVP ist ja hier inkludiert, nicht nur der Herr Kurz, den ich ja in den Beschuldigtenstatus gebracht habe, dann teile ich mit meiner Anzeige, aber die ganze Korruption muss aufgedeckt werden und wir müssen wissen, wo fließen die Gelder hin. Und das ist auch ein Riesenkonstrukt an Möglichkeiten, dass wir einzelne Bürgermeister bewegen, wieder normal zu werden, ja, oder, dass wir diese Bürgermeister auch sukzessive, das dauert ein bisschen länger, auch wechseln. Also wir Bürger, also ihr und ich, wir der Souverän, sollten aktiv werden, unbedingt. Und wir brauchen Werkzeuge und die Werkzeuge liefern wir von der DSO. Und ich hoffe, dass ihr auf unsere Webseite schaut, wer einen Katerl von mir haben will, soll dann zu mir kommen. Schaut bitte auf die Webseite, verteidigt euch mit Werkzeugen, die funktionieren, wir haben die mehrfach geprüft. Und auch mit den Strom- und Gaspreisen unterstützen wir die Bürger, wir bringen alle Bürger, die sich den Strom und den Gas, das Gas, nicht leisten können, in die Grundversorgung. So, jetzt habe ich mir, glaube ich, alles erklärt, was wir so grundlegend machen. Jetzt liegt es an euch und an uns, zusammenzurücken. Jede Demogruppe, die es in Österreich gibt, die soll zusammenrücken. Und jeder, der jetzt weitergehen möchte, nach drei Jahren, und ich weiß, es ist sehr schwer, nach drei Jahren schließt sich der ganzen Sache an, wird aktiv. Und ihr werdet definitiv richtige Souveräne, weil ihr seid die Inhaber von Österreich, anteilig. Nicht der Herr Nehammer, nicht der Herr Dr. Alexander von der Bellen, mehrfacher Straftäter, sondern wir Österreicher haben das Ruder wieder in der Hand. Bitte euch mitzumachen. Herzlichen Dank. Ich möchte nur noch mal sagen, wofür ich diese Bürgerbewegung ins Leben gerufen habe. Nämlich genau für das, dass, egal ob das jetzt eine Bürgerbewegung ist, eine Bürgerliste, eine Partei, oder wir als persönlich, also jeder Einzelne für sich, der halt für die Freiheit aufsteht und für die Zukunft von Österreich und für die Zukunft seiner Familien, genau für das habe ich das ins Leben gerufen, damit man einfach sich die Hände reicht und sagt, nur gemeinsam geht's. Nur für das habe ich das gemacht. Und ich hoffe, dass es jetzt endlich mal irgendwie bei allen möglichen Bürgerbewegungen, Demo-Organisatoren, Parteien ankommt, dass wir nur gemeinsam eine Chance haben. Wir haben nur gemeinsam eine Chance. Es wird Zeit, die Egos beiseite zu werfen und endlich mal sich die Hände zu reichen und sagen, es geht um unser Land, unsere Zukunft, unsere Familien. Und fertig. Bravo. Und ich hoffe, ihr habt jetzt alle wieder ein bisschen Motivation gekriegt, auch genauso wie ich heute. In Zukunft, jeden Sonntag, 14 Uhr, Mozartplatz, mit euren Familien, mit euren Freunden. Es wird Zeit, dass wir nicht mehr nachgeben, so wie letztes Jahr. Wir hören nicht mehr auf. Wir werden jetzt wieder mehr werden, bis die ganze Scheiße da endlich vorbei ist. Und danke nochmals. Danke nochmals von mir. Es war heute so geil. Trotzdem Wetter. Ich kann es nur nochmals wiederholen. Und ich freue mich wirklich, dass es so weitergeht und dass wir uns dann nächste Wochen auch wieder sehen. Egal, ob es nur Wetter hat wie heute oder nicht. Dass wir so eine gute Stimmung und so eine gute familiäre Gemeinschaft zusammenkriegen. Danke fürs Kommen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und die Veranstaltung ist beendet. Pfund, Pfund, Pfund. Pfund, Pfund. Vielen Dank.